Durch meine einfühlsame Berührung wird Heilung und Veränderung für dich möglich. Mein Name ist Petra Feldbinder und seit über 20 Jahren massiere und behandle ich nicht nur die Muskeln und Sehnen, sondern berühre den ganzen Menschen. Vielleicht geht es dir auch so, dass du Rückenschmerzen hast, dich angespannt und überfordert fühlst oder deine chronischen Verspannungen irgendwann so schmerzhaft geworden sind, dass einmal im Monat die Spritze abholen nicht mehr hilft. Oder du bist in deiner Familie und in deinem Beruf sehr engagiert und für lauter Stress du gar nicht mehr wirklich entspannen und regenerieren kannst. Wo auch immer du meine Unterstützung brauchst, ich schaue nicht nur auf die Schulter, die schmerzt, sondern auf das Ganze. Ich hole meine Kenntnisse aus der ayurvedischen und ganzheitlichen Massage, der Fußreflexzonenmassage und ich liebe die harmonischen Techniken, einem Teilbereich der Osteopathie. All das habe ich in den letzten 20 Jahren zusammengebracht, so dass ich intuitiv mit dir so arbeiten kann, wie du es in diesem Moment brauchst. Auf diese Weise wird langfristig Heilung in einem tiefen Kontakt mit dir selbst möglich, damit du wirklich ein erfülltes und glückliches Leben voller Kraft und Freude leben kannst. Wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, dann ruf mich doch gerne an und wir schauen gemeinsam nach einem Termin. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich freue mich, dich kennenzulernen.